damit herzlich willkommen zurück zu pokémon advanced adventure letzte folge habe ich die top 4 besiegt wie man hier sieht und diese folge geht es mit der after story weiter die hauptsache zu ende ich weiß nicht genau wie ich das ausdrücken soll es geht auf jeden fall noch weiter es ist nicht mehr weit aber naja du bist zu hause komm her ich bin so stolz auf dich du bist so viel gewachsen schau wie der wie stark den pokémon geworden sind als eine mutter kann ich nicht stolz auf design übrigens nicht professor eichen fragte nach dir er sagt er möchte die errungenschaften feiern solltest rüber gehen ja mache ich auf jeden fall aber hier pokémon als diamantin und zwar werde ich das noch ein bisschen leveln aber ich habe nicht wirklich lust die jetzt hier selber noch zu leveln deswegen werde ich jetzt einen kurzen schnitt machen und die mit sonderbauen und den sonderbauen geben und alle auf level 80 machen ja 80 ja genau bis nach dem schnitt und jetzt geht es weiter ich habe alle auf level 80 gemacht weil die pokémon gegen die man dann kämpfen muss auch indem wir wissen ich habe halt jetzt keine lustige ganze ziel zu leveln ich finde das ist eigentlich komfortabler okay wir müssen wir müssen feiern es war so lange es war es ist das letzte mal es ist sehr lange her das letzte mal dass die welt das letzte mal frieden erlebte und das verdankt und das verdankt also dass der frieden wieder kam jo nilk wie geht's man ich kann dir nicht genug sagen mich von diesen von dieser fürchte also von dieser schrecklichen besessenheit zu zu befreien ich werde ich werde persönlich dafür sorgen dass du properly irgendwas weiß ich nicht was es heißt ich werfe ich weiß für dich die größte partie die region gesehen hat was zur hölle habt ihr habt ihr habt ihr das gemerkt boah keine ahnung äh adrum genau oh nein was ist großvater oder opa ich erinnere mich als kleines kind eine eine geschichte von unseren regions alten gehört zu haben es gibt legenden die besagen dass die die götter sehr aggressiv sind ich weiß nicht was aggravated heißt dass sie die erde mit drei crunchwagon wars schütteln wenn ich mich richtig entsinne nach dem dritten dings brüll wird die erde für pokémon und menschen ja ich muss jetzt zu selbst keller 5 ok 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 ich werde ich treffen ok ok es reichen so selbst keller das ist wahrscheinlich das wohl wo ich öfter mal hingehen wollte aber kann ich direkt mal nachgucken äh weg ach ich habe keine karte am besten nein am besten ich flieg bei das wenn ich habe ich ja naja was ist das das ist sicherlich hier oben so offenbar dass mich nichts angreift aber ich glaube so genau das der welt werden wahrscheinlich da wo der polizist stand springen jetzt mal jetzt ist stand hier zack alles weg hey nöb professor eich ist auch hier oder schon alle da bist du wir haben auf dich gewartet ich würde dir gern unser unser regions oberhaupt vorstellen oder du bist nicht ich habe viel über dich gehört ich hoffe dass die geschichte die ich wirklich gehört sind wahnsinns andere sei also sonst wird das leben dass wir es kennen dass wir auf der erde kennen aufhören zu existieren was ist wirklich so ernst erklären was geht hier vor ich bin nicht ganz sicher aber ich will euch allen also ich werde euch allen erzählen was ich weiß wir sagen haben erzählen wir live genau hört hier ist keine lust chaos ist auf jeden fall irgendwas ok 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 ich habe mir schon gefangen steht was redet ist irgendwie mit mir ok ok von pokémon wird irgendwie kreativiert mit wo und so mein gott ich will zweiter spielen und nicht nicht die ganze zeit aufgehalten werden da hätte ich das jetzt alles besitzen würde ich ja ganze folge hier dran sitzen ok cool die drei sind nicht fast stark genug um mio zu besiegen und jetzt müsste das leben beendet sein oder auf keinen fall ja sie nahmen es mit fünf attacken mit einer attacke die pokémon ja auf jeden fall bitte zu viel ich habe es ja gut gemeint und habe es noch gelesen so auf jeden fall mit dem reden jirachi jirachi habe ich weiß es so ausgesprungen wird ich weiß es nicht ja das habe ich ja schon gefunden anscheinend sagen die mädchen ok ach ich weiß was sie meint diese 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 höhle aber es nicht frag ich frage alle ich frage am besten alle ja alle kamen aus dem ei ich möchte wissen wo ich das finden kann ich lass mir nicht irgendwas erzählen ah nee das muss ich anscheinend selbst besiegen naja ich sag mir erstmal ach man das mache ich denn der mystical forest die hier oben sagt was mio habe ich auch ich brauche also die oxys und mir tun wovon ich zwei jetzt klar gefangen muss ach ja die höhle bis echt verwirrt hier das ist eine höhe also es ist so die höhlenmusik aber das ist zu helfen wo gehe ich denn jetzt hin müsst ihr vor ist da gehe ich lieber zum bilder schafft ich weiß was die meinen da war ja in den ersten folgen habe ich das ja gesehen wo man nur aber als hq leader rein konnte ich habe zwar gehört dass ich eigentlich kein leader bin aber vielleicht bin ich da krass falsch informiert der das ja gesagt dass er noch nicht leader sein möchte vielleicht ist ja nur so nebenbei leader ich weiß es nicht aber bitte lass mich jetzt dahin danke man muss glaube ich hier ja hier der kleine weg nicht vergessen also muss ich jetzt nicht gehen ich muss jetzt woanders hin ist es hier waren die hier noch ja erst weg na dann gehe ich mal rein die bäume sind ganz lustig aus ich habe jetzt gerade nicht so ich will jetzt einfach nur gegen youtube war das glaube ich kämpfen das sage ich auch wenn du da bist du mein wachst du wachst du meine ruhe der sage of time 10 hatte ich hierher gesendet ok das zählt trotzdem nicht wenn wir als guardians haben gefällt und jetzt muss ich irgendwas machen ja jetzt rede ich auf jeden fall ach das ist das wo man 100 ist es schon gehe ich hab jetzt ich hätte kürze einsetzen wo sie trotzdem engine power hoffentlich überlebt das ja aber jetzt steigt bitte nicht die verteidigung einfach nur mal so ist egal egal jetzt habe ich übrigens paar neue attacken was soll das denn jetzt okay ich musste nur besiegen und nicht fangen ist ja auch logisch weil zum trainer kam vor ja hab's erhalten hier kann ich hoffentlich weg fliegen da kann ich nicht eine abkürzung vielleicht ich sollte auf und zu denken dass das spiel mir was gutes will das ist ein typischer witz von dem spiel ich kenne eine abkürzung ja ja hier genau ich kann jetzt hier nicht fliegen und dann mache ich noch schnell das andere oder es kämpft nur mit was die linke ich glaube so die linken keller oder wo schon die richtung hier gehen musste jetzt den schutz rein macht das tatsächlich noch schaffen hier sieht man die sonderbomons aber ich denke das kann man schon verstehen dass ich da keine lust zu haben ja hier müsste es da war ich das mal schnell ganz ehrlich die musik ist auf jeden fall naja wie soll ich sagen ziemlich besonders ach das ist ja genau die ox ist aber ich kann schon wieder mir zu gesagt habe ich es nur im kopf ich weiß es nicht aber wenn ich mir zu gesagt habe was war ich weiß jemand lesen will keiner mitlesen keine ahnung ist mir egal sind dann zu übersetzen erst dann auch ich hätte eigentlich heilen können oder ich bin jetzt hier alle 100 sind hätte ich dann wahrscheinlich eine pokémon auf level 100 machen ja so jetzt habe ich die oxys muss ich die jetzt ins team nehmen naja na egal wir sehen uns dann nächste folge wieder das war es mit dieser folge nächste folge geht es dann in diese höhle da und tschüss